Herzlich willkommen und schwungvoll zurück zu einem neuen AGC-Programm nach Schnelligkeits-1, jetzt also Schnelligkeits-Programm Teil 2. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Schnelligkeits-Programme auch mal so machen wollt oder auch für sich selber ein bisschen was zu Hause raussucht, das Internet ist ja voll davon, dann auch hier der Hinweis, wärmt euch gut davor auf. Ich habe es beim Schnelligkeits-Programm 1 schon mal kurz gesagt, speziell Instagram. Es gibt tolle Videos, es gibt tolle Übungen, gerade die amerikanischen Kollegen sind da wirklich toll, haben da richtig coole Sprungübungen für die Explosivität zum Beispiel dabei, aber es wird einem nie gesagt, dass man sich a aufwärmen soll und b, dass man, oder wie oft man es machen muss, in welchen Pausenzeiten und so weiter und so fort. Schaut euch da nochmal der Schnelligkeits-Video 1 kurz am Anfang an, um zu verstehen, was ich damit meine und wieso es so wichtig ist, sich gut aufzuwärmen. Ich denke, das ist allgemein bekannt, aber im Schnelligkeits-Bereich ist es noch viel, viel wichtiger. Die Verletzungsgefahr ist einfach groß, wenn man da nichts tut, gerade bei Übungen, die die Explosivität beinhalten. Auch wir haben heute wieder sowas mit an Bord. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wie oft mache ich es und ganz wichtig, welche Pausengestaltungen baue ich ein, denn nur dann habe ich einen positiven Effekt davon. Auch wir machen uns heute wieder mit einem Aufwärmenprogramm koordinativer Art ans Werk, frisch ans Werk. Wir haben hier so ein paar Leinmarker aufgebaut mit 1, 2, 3, 4 Lücken. Mehr braucht es nicht. Wer wieder wieder ein Hinweis auch beim ersten Training schon Leinmarker nicht zur Verfügung hat, der sucht sich Alternativen. Ein paar Handtücher hier einfach zusammengerollt hinlegen und schon habe ich meine eigene Art Koordinationsleiter zu Hause aufgebaut. Genau. Also wir machen einfache koordinative Geschichten. Koordination, habe ich beim ersten Mal schon gesagt, ist etwas Wunderbares für die Schnelligkeit. Es unterstützt die Schnelligkeit durch die verschiedenen Muskelgruppen, die miteinander dann harmonieren müssen. Stichwort inter- und intermuskuläre Koordination. Das wollen wir ein bisschen fördern, wollen das geschmeidig machen, warm machen. Wir dehnen uns dabei an, um auch den Muskel an die längeren Änderungen, die da kommen werden, anzupassen. Und dann gehen wir in das eigene eigentliche Schnelligkeitsprogramm hinein. Wir fangen an mit ganz banaler Geschichte. Zwei Kontakte vorwärts, dehnen uns auf dem Rückweg die Oberschenkelvorderseite an. Das machen wir viermal. Wiederholen das Ganze mit dem anderen Fuß. Noch mal viermal Oberschenkelvorderseite andehnen. Also, ich fange mit dem rechten Fuß an. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sächtig-Ni kommt ein bisschen nach oben. Dann mache ich Oberschenkelvorderseite andehnen. Hochdrücken, Doppelschritt, hochdrücken, noch ein viertes Mal. Hochdrücken. Linke Fuß geht nach vorne. 1, 2, hopp, 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 hopp. Und noch mal. Oberschenkel 1, hoch, Oberschenkel 2. Immer zuerst die Dehnung spüren, dann hochdrücken, hopp. Und ein letztes Mal, hopp, 4. Dann gehen wir hinein mit drei Kontakten vorwärts. Also rechter Fuß oder welcher Fußbeginn ist in dem mal wurscht. Rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3. Ich gehe wieder raus. Auf dem Rückweg mache ich zweimal Oberschenkelvorderseite. Ganz locker reinspringen. Unten greifen. Hochschieben. Aufstehen. Ganz locker reinspringen. Unten greifen. Hinten rein dehnen. Aufstehen. Das kann ich noch drittes Mal wiederholen. Merke ich hier gerade. Nach unten gehen. Aufstehen. Und erledigt. Das Ganze wird wiederholt. Rechts 2, 3, links, rechts, links, links, rechts. Und auf dem Rückweg noch mal dreimal die Oberschenkelvorderseite, wie eben gezeigt. Andehnen. Hier jetzt bei der Koordinationsruhe. Wir sind im Koordinationstraining. Wir achten also jetzt darauf, dass wir möglichst saubere Bewegungsausführungen haben und nicht auf Speed. Ja, also jetzt nicht. Ich kann ja die drei Kontakte auch mit maximalem Tempo durchlaufen. Das wollen wir nicht. Auf Lauftechnik achten. Arme gehen ein bisschen mit Zehenspitzen. Schön abrollen über das Fußgelenk. Das ist das, um was es jetzt gehen soll. Nächste Geschichte ist dann fünf Kontakte vorwärts. Wir erhöhen es also jetzt. Welcher Fuß hier beginnt, ist auch wiederum egal, weil wir eine ungeheure Zahl haben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir zurück, indem wir die Adoptoren andehnen. Mit unserem berühmten Adoptorenwalk andehnen. Drei Sekunden halten. Tiefe Hocke. 3, 2, 1. Und das mache ich noch einmal. 3, 2, 1. Jetzt könnte ich, wir gerade auf, das auch ein bisschen länger halten, weil wir haben nur dreimal. Also halten wir es nicht drei Sekunden, sondern halten die Dehnung vielleicht für fünf Sekunden. Das ist dann auch ausreichend. Ziehen den Muskeln ein bisschen in die Länge und zwar so, dass es passt. Das Ganze wiederhole ich dann noch mal. Hopp, 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 hopp. Jetzt habe ich mich erzählt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sollten sein. Nicht drei wie beim ersten Schritt. Jetzt drehe ich euch den Rücken zu und wir machen das Ganze eben auf der anderen Seite. 5 Sekunden halten, tiefe Hocke, 5 Sekunden halten, tiefe Hocke, 5 Sekunden halten, also auch dreimal die Adoptoren andehnen. Dann machen wir zwei Kontakte seitlich und drehen uns dann, da fällt mir jetzt gerade auf, ich hole nochmal schnell eins. Moment kurz. Da bin ich wieder. Es wäre jetzt schlau, merke ich gerade, ein Sechstes da anzubringen, denn wir brauchen eine mittlere Lücke, die wir bei fünf nicht gehabt hätten. Das heißt, entweder sie jetzt einfach dazulegen oder aber gleich am Anfang an dabei haben, ist auch natürlich möglich. Dann haben wir halt für die anderen drei Übungen davor eine Lücke mehr. Zwei Kontakte seitlich. Ich drehe mich in der Mitte einmal rum, mache die zwei Kontakte seitlich raus und dehne mir den Hüftbeuger an. Wie zeige ich euch dann gleich. Auf dem Rückweg, also eins, zwei, eins, zwei, hier drehe ich mich um mit kleinen Schritten und gehe hier dann raus auf die Seite. Jetzt mache ich hier einfach einen Ausfallschritt nach vorne, dann haben wir also zeitgleich den Hüftbeuger angedehnt und haben noch ein bisschen was für die Oberschächelspannung, der Core-Bereich muss mit stabilisieren. Also ich habe ein bisschen was Funktionelles auch gleich mit dabei. Und da stellen wir uns noch einbeinig hin, dann haben wir noch ein bisschen Beinachsenstabilität dabei. Ich gehe nach vorne, jetzt in den Ausfallschritt hinein, jetzt wippe ich hier mal so zehnmal langsam runter. Wenn ich diese zehnmal habe, Hände sind wie beim Hände hoch, sage ich immer, dann halte ich das nochmal. Drei, zwei, eins, gehe hoch, rechter Fuß bleibt einbeinig. Großer Ausfallschritt, jetzt auch hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, drei, zwei, eins, unten halten und ich gehe hier raus. Und Thema erledigt und dann wiederhole ich das Ganze nochmal. Zwei Kontakte seitlich, Drehung in der Mitte und nochmal die zwei Ausfallschritte für den Hüftbeuger und Gesamtkörperstabilität. Wiederholen. Letzte Geschichte ist dann, dass wir, jetzt muss ich kurz nachdenken, ah ja, drei Kontakte seitlich, das wollte ich noch machen. Dann gehen wir drei Kontakten seitlich rein und machen dann das Ganze aber vor und zurück und gehen dann hier raus und dehnen dann hier die Wade ab. Also drei Kontakte seitlich heißt, eins, zwei, drei, jetzt überkreuze ich vorne, zwei, drei, links, zwei, drei, vorne, links, zwei, drei, vorne. Jetzt, wenn ich hier herauskomme, mache ich vier Kontakte auf der Stelle, rechts, zwei, drei, vier, weil jetzt kann ich zurückgehen. Eins, zwei, drei, kreuzen, eins, zwei, drei, kreuzen, eins, zwei, drei, kreuzen und rauskommen. Machst du mal vor, hopp, kreuzen, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, 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 eins, zwei, drei. Das kennt man von mir, wenn man mich regelmäßig meine Athletik-Gruppe anschaut. Auch hier jetzt wieder zehnmal auf der linken Seite. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Drei Sekunden halten. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Zehnmal anwippen. Acht, neun, zehn. Unten drei Sekunden halten. Also die Ferse zu Boden drücken. Das Ganze mit einem Handwalk, mit einem zweiten Handwalk auflösen. Und wie immer hängen wir jetzt hier einen Liegenschutz dran. Gehe nach oben. Schiebe jetzt die Hände zurück. Drücke nochmal durch. Und stehe dann auf. Und das Ganze wiederhole ich noch einmal. Drei Kontakte, drei Kontakte und diese Geschichte. Dann sind wir erstmal mit meinem Aufhöhmprogramm durch. Jetzt, wie immer, der Hinweis an der Stelle, wer jetzt noch eine Lieblingsübung hat, die er vom Gefühl her unbedingt braucht, soll das jetzt machen. Soll das noch mit einbauen. Da gibt es die ein oder andere Mobilisationsübung, die gerne jemand mag. Auf dem Rücken liegen, pendeln. Und wie auch immer. Manche brauchen das. Manche sagen, jetzt mache ich noch schnell 30 Sekunden Plank oder sowas. Also da gibt es verschiedene Geschichten. Jeder hat da nochmal so eine persönliche Vorliebe. Und da das Gefühl natürlich im Sport immer wichtig ist, sei das natürlich absolut erlaubt. Keine Frage. Eine kommt weg. Die werfe ich raus. Und jetzt lassen wir den Aufbau hier so, wie er ist. Eventuell müssen wir das Ganze gleich ein bisschen nach vorne schieben. Und machen jetzt eine Übung wiederum für die Explosivität. In Verbindung, wie beim ersten Schnelligkeitsprogramm auch schon, mit Frequenzschnelligkeit. Wir brauchen dafür einen Hocker. Badezimmerhocker aus dem Baumarkt. Viele haben den eh zu Hause. Es tut auch irgendwie eine kleine Kiste oder irgend sowas. Sollte nicht alle zu hoch sein. Ich habe jetzt, beziehungsweise habe ich falsch ausgedrückt. Es kann auch eine Hürde beispielsweise sein, wenn sowas zu Hause hat. Ich habe jetzt hier einmal ein Badezimmerhocker genommen und stelle da drauf noch eine Wasserflasche. Die sollte bitte gefüllt sein, damit sie mir durch den Luftzug später nicht umfällt. Also wirklich eine gewisse Höhe hinbekommen. Das ist jetzt, wenn ich so davorstehe, ungefähr ein bisschen mehr als Kniehöhe. Das ist dann auch völlig ausreichend. Wenn natürlich jetzt jemand dabei ist, der sagt, boah, meine Explosivität oder meine Schnellkraft ist eh schon sehr, 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 sehr gut. Also ich bin ein Leistungsfußballer. Ich brauche mehr, dann natürlich mehr, nehmen wir es auch klar. Wir haben jetzt mal diese Höhe gewählt und ich denke, es ist ein ganz guter Durchschnitt. Wenn jetzt jemand sagt, das ist mir zu wenig, dann natürlich gerne für sich selber anpassen. An meinen Hinweis sei erinnert aus dem ersten Programm, um natürlich einen Effekt im Schnelligkeitsbereich zu haben. Sei es jetzt in der Frequelschnelligkeit, sei es in der Schnellkraft, sei es in der Explosivität, müssen wir immer an die Leistungsgrenze gehen. Wir müssen 100 Prozent machen, im Idealfall sogar das ein oder andere Prozent ein bisschen drüber. Und das geht natürlich nur, wenn ich das durch eigene Willenskraft oder natürlich auch durch den Aufbau provoziere. Auch klar. Das ist die eine Geschichte. Was wir jetzt noch brauchen, ist einen Stuhl oder eine etwas höhere Kiste. Ich habe jetzt mal hier einen Stuhl gewählt, den stelle ich hier so ein bisschen an die Wand. Jetzt merke ich schon, das ist mir zu nah. Ich muss ein bisschen weiter weg schieben, das Ganze, denn ich werde nachher hier rauskommen und auf den Stuhl springen. Auch hier das Gleiche wie beim Hocker. Wer also jetzt ein bisschen, ja wer jetzt schon im Leistungsvermögen weiter ist, der soll dann bitte eben diesen Stuhl ersetzen durch etwas, was ein bisschen höher ist. Ansonsten ist das auch hier wiederum, finde ich, ein sehr, sehr guter Mittelweg. Umgekehrt natürlich genauso, wenn jetzt da ein Zehnjähriger unter euch dabei sein sollte, der sagt, das ist mir noch zu hoch, das schaffe ich einfach nicht, dann sich halt etwas suchen, was ein bisschen niedriger ist. Man findet dafür immer etwas. Wenn ich gar nichts habe, kann ich nachher auch gleich sagen, was man dann noch als Alternative machen kann. So, was wir als erstes machen werden, ist, wir gehen in die erste Lücke rein. In die erste Lücke rein und machen jetzt fünf Wiederholungen von folgender Übung. Wir stellen uns auf das linke Bein. Jetzt drücke ich mich mit dem, nee, halbstopp, Entschuldigung, wir stellen uns auf das rechte Bein, Entschuldigt, auf das rechte Bein und drücke und springe mit dem rechten Bein einmal einbeinig nach draus. Zack, stabilisieren das. Gut, sobald ich hier stabil stehe, gehe ich, ich mache es langsam vor, mit zwei Kontakten seitlich hier rein, komme hier jetzt aus Sätze ab, springe über diese Hürde sozusagen drüber, drehe mich um, springe zurück. Also, Beinbeinig drüber springe, einmal eine halbe Drehung, Beinbeinig zurückspringe. Zwei Kontakte in die Seite rein, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Sobald wir wieder runter gehen und jetzt springe ich eben explosiv auf diesen Stuhl, stabilisiere das, gehe nach unten, Thema erledigt. Kurz aus der Hocke raus, hopp, hochgehen und fertig die ganze Geschichte. Das mache ich dann insgesamt fünfmal. Natürlich wollen wir dabei Gas geben, machen wir es einmal so, jetzt mit Tempo. Hier noch der Hinweis bei dem Sprung drüber, entweder nach der Drehung mache ich nochmal einen Zwischensprung oder aber mache ich Drehung und springe sofort weg, was natürlich doch ein bisschen schwieriger ist bei der ganze Geschichte. Also, hier geht es rein, rechter Fuß, fangen wir an, hopp, raus, stabilisieren, Hände geben wir, dann eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, runter, drehung, jetzt zurück, hopp, drehung, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, stabilisieren, runter, ausholen, exklusiv, hopp, und weg geht es. So, das Ganze machen wir dann fünfmal und nach jeder Wiederholung machen wir 45 Sekunden Pause. Hin, zurück, herstellen, Sprung, runter, 45 Sekunden durchschnaufen, ein bisschen lockern, ehe es in die zweite Wiederholung reingeht. Hier hinten nochmal der Hinweis, ich habe jetzt hier durchs Reden nochmal eine Pause gemacht, aber es sollte eigentlich zwei Varianten sein. Entweder drüber, Sprung, Zwischensprung, zurück und sofort geht es weiter oder eben drüber, Zwischensprung, zurück und es geht weiter. Also, immer sozusagen, wie sage ich, in der Bewegung bleiben, ja, möglichst wenig dazwischen drin die Pausen einbauen. Ausnahme ist hier, wenn ich hier rauskomme, dass ich hier stabilisiere, nach oben springe und fertig. Okay, fünfmal und nach jeder Wiederholung 45 Sekunden Pause. Haben wir die fünfmal, starten wir von der Seite hier, ja, und gehen also hier jetzt rein mit dem linken Fuß. Also machen wir fünfmal hintereinander auf der Seite, starten jetzt hier zuerst, gehen also jetzt rein, raus, nein, halt rein, jetzt zwei Kontakte, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, runter, halbe Drehung, dann kommt der explosive Sprung nach oben, nach unten, dann zurück mit zwei Kontakten mit Tempo, landen, halbe Drehung, Sprung vor, Sprung zurück. Auch fünfmal. Das heißt, wir gehen einfach nur in die andere Seite rein, starten dann eben von der anderen Seite, weil ich dann eben die Skippings auf einer anderen Körperseite habe. Besser ist es schon. Also insgesamt, fünf, vier, fünf, vier und hier startet dann eben auch der andere Fuß raus. Da habe ich also hier fünf rechter Fuß, fünf linker Fuß und ich drehe es von der Bewegungsrichtung mit halben Drehungen einfach nochmal um. Nach jeder Wiederholung 45 Sekunden Pause. Insgesamt habe ich also dann zehn Durchläufe, zehn Wiederholungen. Habe ich diese zehn Wiederholungen, fünf, vier, fünf, vier, mache ich drei Minuten Serienpause, erhole mich in dieser Zeit vollständig, soweit es geht. Bisschen wie beim ersten Mal schon gesagt, immer in Bewegung bleiben, sich nicht hinsetzen, was trinken, vielleicht auch mal ein kleines Stück von der Banane essen. Wer das gerne möchte, ist aber jetzt eigentlich nicht notwendig, aber dem einen oder anderen mag das dann ganz gerne. Und dann lassen wir den Aufbau gleich und gehen in eine Variante hinein und die Variante startet nun aus der Hocke, springe ich nach oben und der Rest bleibt gleich, fast. Hier habe ich einen einbeinigen Sprung, den wollen wir euch jetzt kurz zeigen. Also ich gehe in diese Hocke hier rein. Die Zehenspitzen sind schon hinten aufgestellt, die Hände, schau, dass ich im Stuhl nicht hängen bleibe hier. Die Hände nehme ich hier zur Hilfe. Jetzt holen die Hände Schwung, reißen mich nach oben und ich gehe dann so weitest du auf die Füße. Hopp und drauf. Das sieht bei mir, alter Mann, jetzt ein bisschen, beschwert ich schon aus. Das sollte bei euch ein bisschen schwungvoller, kräftiger aussehen. Dann starte ich in diese zwei Kontakte seitlich rein, zack, ich springe hier drüber, wie ich es vorher auch getan habe, halbe Drehung, Sprung zurück. Dann kommen die zwei Kontakte seitlich wieder hier raus und nach den letzten zwei Kontakten seitlich, eins, zwei, eins, zwei, bleibe ich jetzt auf dem linken Fuß stehen, stabilisiere das Ganze. Ja, und gehe jetzt mit dem linken Fuß, mache ich einen explosiven Einbeinsprung nach oben und lande beidbeidig. Schwungbein nehmen, hopp, beidbeidig landen und nach unten geht es. Diese eine Wiederholung ist erledigt. Wieder 45 Sekunden Pause danach und das Ganze auch fünfmal. Nach diesen fünfmal mache ich dann folgendes, dass ich jetzt hier bleibe, gehe mit dem Gesicht jetzt zur Wand, gehe wieder aus der Hocke hoch, mache wieder eins, zwei, tak, 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 damit ich die andere Körperseite vorne habe bei den Skippings. Mach diesen nach einer halben Drehung wieder rund, beidbein, beidbein, gehe wieder eine halbe Drehung, gehe mit der rechten Seite wieder nach vorne, lande zwar auf links, machen wir einen Wechselschritt auf rechts und gehe hoch. Wir machen die zweite Variante auch einmal vor, also zunächst Gesicht zur Wand, Schwung hochdrücken, dann zwei Kontakte seitlich, landen, halbe Drehung und Sprung nach vorne. Halbe Drehung, Sprung über die Geschichte weg, halbe Drehung, weil ich will die rechte Körperseite vorne haben, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, landen, jetzt halbe Drehung, kann ich auf rechts landen, zack, stabilisieren, das Ganze, Schwung holen, hochdrücken, stabilisieren, gelegt. Das ist dann die Variante und auch die machen wir insgesamt also fünfmal mit Gesicht nach vorne, fünfmal mit Gesicht nach hinten. Nach jeder Wiederholung 45 Sekunden Pause und danach, wenn wir die rum haben, sind wir damit fertig. Wir haben also insgesamt 20 Wiederholungen dieses Durchlaufs, dieser Übung mit Frequenzschnelligkeit, mit Schnellkraft, mit der Explosivität, alles ist mit dabei, Körperstabilität, Beinachsenstabilität, da wird also vieles mit reingemischt, deswegen wunderbar und jetzt überlege ich kurz, aber das ist es dann auch schon. Am Ende wieder der Hinweis, sich die Blackroll nehmen und dann ausrollen oder aber, und das werden wir euch dann auch noch zeigen, könnte jetzt zum Beispiel auch eine Technikübung dran gehängt werden aus unseren Programmen hier. Das werde ich euch dann auch nochmal genau zeigen, wie das funktioniert. Ansonsten, jetzt sind wir circa bei einer halben Stunde, Blackroll nehmen, ausrollen, hier der Hinweis wieder für mein Blackroll-Programm, das wir hier im YouTube-Kanal auch haben. Und dann sind wir auch damit fertig. Okay, ich hoffe, ihr habt eine ganz gute Anregung bekommen und könnt damit ein bisschen zu Hause loslegen und Gas geben. Es sei nochmal der Hinweis, wie gesagt, 48 Stunden Regenerationszeit einplanen ungefähr, jetzt noch nicht so wichtig, weil am Wochenende momentan ja eh nichts stattfindet, wenn wieder Spiele sein sollten, allerspätestens Donnerstagvormittag, idealerweise Mittwoch oder Dienstag. Genau. Gut, das war's. In diesem Sinne, euch eine gute Fußballzeit. Viel Spaß mit diesem Training, viel Spaß mit all unseren Übungen hier in unserem Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Bis dahin, alles Gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020